Von Andrea Schomburg haben wir ja schon einen Wunschzettel für Frauen gehabt, den fand ich sehr süß, aber es gibt auch einen für Männer und dass der unterschiedlich ist zu dem, zu den Frauen, das versteht sich von selbst. Also Andrea Schomburg und Wunschzettel für Männer. PCs, die stets funktionieren, Frauen, die nichts komplizieren, die total von uns besessen, niemals nölen, niemals stressen, die uns jederzeit verwöhnen und du bist mein Löwe stöhnen. Liebes- und Berufsrivalen, die verenden unter Qualen und ein Auto, das stets fährt, Geld, das sich von selbst vermehrt. Freunde, die für alle Fälle stets mit Rat und Tat zur Stelle, ein Beruf, der fasziniert und sich außerdem rentiert und der Kraft lässt und auch Zeit für das, was uns sonst noch freut. Die Geschenke wären Renner. Mit liebem Weihnachtsgruß, die Männer. Die Geschenke